Musik Wir stehen hier vor der 63. Meisterfeier der Handwerkskammer Düsseldorf im Kongresszentrum an der Messe in Düsseldorf. Und hier werden heute die Meister des Handwerks gekürt. Das Handwerk bezeichnet sich in Deutschland zu Recht als offizieller Ausrüster der Energiewende. Das ist richtig so und das ist gut so. Nur schade ist es, dass die Meister, die hier ihre Zukunft als Meister beginnen wollen, mit dieser feierlichen Feier, mit einem Gastredner konfrontiert werden, Norbert Röttgen. Und Norbert Röttgen ist nun wahrlich nicht derjenige, der dem Handwerk goldenen Boden bereitet, denn er ist der Blockierer der Energiewende. Er blockiert Gebäudesanierung, er blockiert den Ausbau der Energieeffizienz, er blockiert gerade die Förderung für Solar und Photovoltaik. All das bereitet dem Handwerk sicher nicht goldenen Boden, sondern wird dem Handwerk hier in Nordrhein-Westfalen den Boden entziehen. Schade für die Meister, die hier einen Gastredner zuhören müssen, der nun wahrlich nicht für ihre Zukunft steht. Schade für die Meister, die hier in Nordrhein-Westfalen sind. Schade für die Meister, die hier in Nordrhein-Westfalen sind.